Bro, hast du auch schon dein eigenes Handy? Das ist die Zukunft. Na klar, das ist auch der Grund, warum ich all mein Geld in Nokia-Aktien investiere. Super Idee, mit der Expertise und diesem Marktvorsprung können die gar nicht mehr verlieren. Naja, zumindest hatten wir damit recht, dass Handys die Zukunft sind. Ja, es ist zwar einfach allgemeine Trends wie Kryptowährungen, Social Media oder Elektroautos zu identifizieren, allerdings ist es sehr schwer, die einzelnen Gewinner dieser Branche exakt vorauszusagen. Das ist auch der Grund, warum jeder kluge Investor in breit gestreute ETFs investiert und Finanzex folgt, um mehr darüber zu lernen.